Na, wir können auf jeden Fall jetzt wieder erstmal abhauen. Ah, hier sind unsere Hilfen. So. Oh Gott. Was ist das? Ja, da hinten ist noch so ein S4 Soul, aber und ich werde das schön, die gehen mal ein bisschen kugeln in der Face. So. Was ist das auch damit? Und du noch. So, haben wir dich. So, was auch immer du gebringst Schalter. Ich mach dich jetzt auch hier mal an. Irgendwie muss man da reinkommen, weil das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist ja markiert auf der Karte auch. Das ist bestimmt irgendwie der Zugang zum Unverwundbarkeit, aber ich hab echt kein Plan. Ich höre doch immer noch Viecher, wo sind die jetzt alle noch? Jetzt können wir da auch hin. So. Gut. So. 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 So viel kann nicht mehr passieren. So. 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 Drei Das gehört nicht zum Thema bester Time, ne? So Ach Goddammit, was ist mit meinem Timing los hier? So So, kann ich mehr viel haben, das Teil Mit der Schott, dann geht das wesentlich besser zu zahlen als mit dem BFG, weil bei dem BFG muss ich immer so nah ran Ach was, das kann doch nicht sein, der muss doch mal... Das hätte nicht sein gemusst, nein, nein, das hätte nicht sein gemusst Es hätte allerdings auch nicht sein gemusst, dass der noch so viel hat Du wirst sterben, du wirst sterben, nicht mich verletzen, du wirst sterben Weißt du, deinem Tod entgegentreten, abkratzen und alles, was da so zukommt dabei Na also, schön, dass wir uns endlich mal einig sind So Äh, mach das so und so So Nimm die Schattenmonition noch mit Ja okay, war ihr noch helfen? Nö, war ihr nicht mehr Okay Hm Wenige Monster waren noch Arschlochmonster, oder wie? Wie es scheint schon So, ähm Ja, da war noch Munition Oh, man hätte anscheinend Den einfach telefrägen können, sehe ich das richtig? Ne Andersrum kommt man da ja nicht hin Das wär cool Ey, das ist doch auch noch's Ne, ist es nicht Da kam ich regular hin So, ähm, ja Gut Okay, ähm Hm Jetzt hab ich die Die ist Ja Die ist da durch, oder wat? Oh, offensichtlich Offensichtlich Einmal die Faust sprechen lassen Was? Ja, dann schieß doch mal Los, schieß So Ach komm Es sterb doch bitte mal Gass dich hier Gass dich hier So Ich hasse euch Oh, ey, was ist denn jetzt los, hier? Mit diesen kleinen Dingern mache ich, dass ich mich so plätten, ey Kann doch echt nicht sein Kann doch echt nicht sein So Na gut, Amor hab ich eh nicht mehr Also Halfpacks werden sich sicherlich noch finden lassen, aber trotzdem ärgerlich, ne? Muss sendet sein eigentlich So Okay Ja Ja, dafür sind sie jetzt endlich alle tot Und Der Secret Das war garantiert die Unverrundbarkeit, aber Ja, da weiß ich jetzt erstmal nicht wie ich da rankomme Also das ist mir jetzt gerade noch nicht so ganz klar Wird jetzt auf jeden Fall erstmal Wird jetzt auf jeden Fall erstmal Dafür sorgen, dass mein Zeug wieder aufgefüllt wird, so Health und das ganze gedöhnen, so Wenn ich denn mich hier mal so zurechtfinden würde So, hier muss ich doch wieder hin, ne? Hier muss es irgendwo noch Health geben eigentlich So, der Schalter muss ja auch irgendwas zu sagen haben Ich speichere mal lieber hier, bevor der mich hier Ach ne, ich hab eh den Gemschluss Ne, dann kann das dann, keine Angst passieren Gut, ähm Ich muss doch noch irgendwo Health sein Ist denn das die Möglichkeit Da oben ist noch was, da ist noch was Ja, da kommen wir ja langsam dahin, wo wir hinwollen Ja, Wunder, Beste, so Und dann Ja Der Schottkommunktion noch verkehrt und Aber da gucke ich mir eben allein nach, damit ich ja auch weiß, wie das Secret zu machen ist Bis dann, bis gleich So, herzlich willkommen zurück Und ja Ich habe rausbekommen, wie Ähm Also Das war auch so ein versteckter Schalter hier Ähm Müssen einmal hier rumlatschen So, das Ding, da hatten wir ja da verdächtigt gehabt Und Ja, guckt mal hier in den Büchern, da ist ein Schalter drin Mann, 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 ey So, dann haben wir das letzte Secret auch So, und das mit der Unverwundbarkeit Und das ist auch bekommnbar Ohne Äh Irgendwelche Arschweil-Tricks oder sonst was Ganz normal Nur ich muss jetzt erstmal gucken Ich da jetzt nochmal hin Ich komme Wo war das jetzt? War das? War das? Ne, hier war das Exit Ähm Wo war das jetzt nochmal gleich? Ich glaube, das war hier in dieser Tür mit drin irgendwo So Ne, hier runter Ja Ich muss zu diesem Ja, genau hier So So Hier war das Da kann man nämlich rüber Irgendwie zumindestens Das musste ich leider Gottes in einem Video nachgucken Das habe ich anders nicht rausbekommen Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt Irgendwie kann man da rüber spürmen Ich weiß gar nicht, wie Ähm Wie soll das gehen? Ah, jetzt Mann, Mann, Mann Äh Das ist, ja Gut, dann kann man nämlich hier rüber Da hätte man tatsächlich die Fischer da drüben Der Unverwundbarkeit plätten können Aber Ich werde sie jetzt dafür nutzen, um Munition eventuell noch abzugreifen Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein, ne Ist hier vielleicht irgendwie noch Elf oder so Elf könnte doch sogar gut sein Ah Das blöde Weiße Bild, das macht das jetzt auch nicht gerade einfacher Um etwas zu sehen Das muss ich ja wirklich Oh scheiße, ich muss hier weg Man merkt, dass es in Formbarkeit nicht so lange hält wie andere Sachen Ähm Ja, war nicht so erfolgreich Ähm Ich suche eigentlich nochmal eine Portion Hilfe und ein bisschen Shotgun Munition Äh Danach habe ich jetzt eben nicht mehr nachgeguckt, weil Ja Ich dachte Äh Vielleicht ohne Schaden nicht mehr rüberkehren können Äh, dass wir das hinkriegen Aber nein Diese eine Millisekunde auf dem Dings Hat er uns nicht gegönnt Diesmal Und hat uns Schaden gegeben Aber Hier war doch sicherlich noch Elf Also ich will wenigstens Mit vollem Held hier rausgehen Das kann doch nicht sein Menno, 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 menno Hier muss doch noch Elf gewesen sein Das gibt es doch gar nicht Hm Ähm Ist schon ein bisschen ärgerlich, dass ich hier keine Elf mehr finde Soll das jetzt echt so sein? Ach, da oben Äh Eine Erlösung So Gib das Ding her So Gut Ähm Ausgang Ausgang War jetzt nochmal wo? Ausgang Gelbe Gelb 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 Hier Gelb So Irgendwie will ich das auch nicht wahrhaben, dass es in diesem ganzen verdammten Level keine einzelne Shotgunbox mehr gibt Aber danach suche ich jetzt nicht mehr, weil Das kann man ja keinem antun Ne Wirklich nicht Das kann man keinem antun Lass ich euch jetzt noch hier Ja, mit euch Shotgun Munition suche bis zum Gotterbarm BFG wird es bestimmt auch noch geben, ne Ist egal, äh Das ist nun eh das gesuche und ihr wollt bestimmt nicht zugucken wie ich 5 Minuten Munition suche Deswegen Lassen wir das jetzt bleiben Und Bye Bye So Alles abgeschlossen Ja Das mit dem Schalter in den Büchern, das habe ich jetzt leider nicht direkt gesehen gehabt Aber ok Ja Danke fürs Zuschauen War auch wieder Ja Es hat noch weiter angezogen Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Level, hat mir echt Spaß gemacht Und eigentlich bin ich auch ganz glücklich darüber, dass ich die Unverwundbarkeit nicht hatte Denn so war das doch viel spannender als mit Unverwundbarkeit Wobei Ja 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 Okay Ja Ja Hat mir auch wieder sehr gut gefallen das Level Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Outputs of the Evil Dead wieder, bis dann, Bye 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 Ja 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 Ja